Staubsaugroboter sind einen weiten Weg gekommen. Am Anfang waren es einfach nur irgendwelche dummen Roboter, die irrlos durch die Gegend gefahren sind und auch nicht so wirklich gut gesaugt haben. Die Akkulaufzeit war auch bescheiden und sie sind auch relativ schnell kaputt gegangen. Doch natürlich hat man auf dieser Technik immer weiter und weiter entwickelt und irgendwann war die Saugleistung so gut, dass man ein neues Feature brauchte, nämlich das Wischen. Und das Wischen war am Anfang genauso wie das Saugen auch eher mehr so ein Gimmick. Das war nämlich einfach nur einen Lappen hinter sich herziehen mit ein bisschen Befeuchtung und naja, das war dann nicht wirklich ein Wischen, sondern eher ein bisschen den Boden streicheln. Jetzt kam Roborock aber um die Ecke oder nicht unbedingt jetzt, sondern das war schon vor einem Jahr. Aber ich habe mir diesen Staubsaugroboter halt jetzt gekauft und der revolutioniert das Ganze so ein bisschen und bringt halt die Technik auf einen neuen Stand. Nämlich kann er nicht einfach nur gut saugen, sondern er kann auch wirklich wischen. Wie er das Ganze macht und was so besonders an dem Roborock S7 ist und ob man ihn sich trotzdem noch kaufen kann, obwohl der Nachfolger jetzt mittlerweile schon draußen ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Vorab möchte ich einmal kurz auf meinen Instagram-Kanal aufmerksam machen. Falls ihr irgendwelche Behind-the-Scenes haben wollt oder keine Ahnung, falls der Roborock irgendwie mal ein Problem haben sollte, unerwartet, dann werdet ihr es auf jeden Fall da erfahren. Also gerne ein Abo auf Instagram da lassen, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Natürlich könnt ihr auch gerne ein Abo hier auf dem Kanal da lassen. Das würde ich auch appreciaten. Ich bin im Moment auf dem Weg zur 1000, also vielleicht möchte der ein oder andere da unten auf den Abo-Button drücken oder auch nur einen Kommentar da lassen oder so. Also, der Roborock S7. Generell vom Äußerlichen erstmal eigentlich ein ganz cooles Ding. Es gibt ihn in schwarz und in weiß und er sieht eigentlich aus wie jeder andere Staubsaugroboter auch. Er hat vorne so einen Bumper, damit er Gegenstände erkennen kann. Er hat an der Seite und vorne so ein paar Laser-Erkennungen, damit er Wände und Ecken am besten erkennen kann über diese Infrarotlaser. Er hat aber auch auf der Oberseite, was sich ja mittlerweile auch etabliert hat, so einen drehbaren Laser. Also sowas wie ein LiDAR, hat man vielleicht schon mal von Tesla gehört oder in einem iPhone ist zum Beispiel auch ein LiDAR-Sensor verbaut. Und das ist in diesem Fall einfach nur ein Laser so gesehen, der sich einfach ganz schnell dreht in diesem kleinen Gehäuse und somit einfach den gesamten Raum abscannen kann. Also es ist so gesehen einfach wie so ein Radar, kann man sich das vorstellen. Und das war es eigentlich auch schon von dem Äußerlichen. So viel Besonderes gibt es nicht. Er hat jetzt irgendwie keine Kamera oder sonstiges, wie der Nachfolger hat. Und naja, ist eigentlich so relativ typisch für mittlerweile eigentlich jeden Staubsaugroboter. Der einzige Nachteil ist von diesem schwarzen Design jetzt in meinem Fall, dass er oben die Oberfläche Hochglanz hat und dass sich dadurch auf dem Staubsaugroboter Staub ablegt, was irgendwie ein bisschen Ironie mit sich bringt. Also der Staubsaugroboter ist meistens verstaubt, weil er sich nicht selber reinigen kann natürlich. Deshalb, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt. Jeder Staubsaugroboter kommt natürlich auch mit einem Hub oder mit einer Ladestation. Das ist hier auch einfach ganz basic, so ein kleines Plastikding, fühlt sich nicht besonders hochwertig an, hat leider auch wieder auf der Oberseite eine Hochglanzfläche, was meiner Meinung nach einfach ein bisschen unnötig ist. Aber ansonsten ist halt einfach eine Ladestation. Dazu geliefert wird auch noch eine Plastikunterlage. Die kann man mit so Klebestreifen einfach auf dem Boden festkleben. Das hält auch ziemlich gut und dadurch ist einfach, wenn er steht und irgendwie was ausläuft oder der Lappen noch ein bisschen feucht ist, kommt das einfach nicht auf den Boden und es funktioniert wie es soll. Wenn wir dann mal auf ein paar Details von den Roborock S7 eingehen, dann gibt es hier, ich sag mal, viele Kleinigkeiten, die einfach verbessert wurden im Gegensatz zu der Konkurrenz oder halt den Vorgängern. Zum einen haben wir unten eine Gummibürste. Da gab es am Anfang erst ein paar Bedenken, ob das wirklich so gut ist. Aber diese Gummibürste tut ihren Job. Die reinigt den Boden sehr gut, reinigt auch Teppiche sehr gut. Also ich habe bisher keine Probleme damit gehabt. Und was ich von anderen Staubsaugrobotern kenne, dass sich in dieser Rolle Haare verfangen oder Sonstigem hatte ich bisher nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt keinen weiblichen Teil hier im Haus. Von daher habe ich jetzt auch nicht die längsten Haare. Deswegen verfangen sich da wahrscheinlich auch nicht so schnell Haare. jedoch laut Roborocks eigener Aussage sollen sich in dieser Rolle einfach nicht so viele Haare wiederfangen. Ansonsten ist die Rolle auch schwimmend gelagert. Also es bedeutet einfach, sie kann sich bewegen und ist dadurch immer auf dem Boden. Also wir haben immer einen guten Bodenkontakt mit dieser Rolle auf dem Boden. Selbst wenn es irgendwelche Unebenheiten gibt oder so, kann sie halt in einem gewissen Winkel sich arretieren automatisch so gesehen. Und ja, hat dadurch immer einen guten Saugkontakt und Bodenkontakt. Denn am besten saugt man halt, wenn man einen Unterdruck hat. Und das ist halt nur, wenn alles geschlossen ist, so gesehen. Also funktioniert auch ganz gut. Lässt sich weiter nicht viel zu sagen. Dann haben wir auf der Oberseite auch noch eine Klappe, um an den Staubbehälter zu kommen. Der fasst 470 Milliliter und ist ein ganz normaler Behälter. Hat einen Luftfilter da drin. Und ja, ist eigentlich, reicht für zwei, dreimal Saugen auf jeden Fall. Bei meiner Wohnung, das sind jetzt 95 Quadratmeter, ist das eigentlich eine ganz gute Leistung und ist, ich sag mal, Standardgröße für einen Staubsaugroboter. Auf der Rückseite haben wir dann noch unseren Wassertank. Der fasst nur 300 Milliliter. Das reicht bei 95 Quadratmeter wieder ungefähr auch für einmal Saugen. Das könnte ein bisschen größer sein, muss aber auch nicht unbedingt. Man muss ja auch nicht immer wischen. Also genau. Es gibt leider keine Erkennung, ob dieser Wischtank leer ist. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall kann man ihn sehr einfach wieder auffüllen. Einfach rausnehmen, die Klappe oben öffnen und dann ist Wasser drin. Wasser läuft auch nicht so schnell aus. Es gibt extra so eine kleine Kammer unter dem Einfüllstutzen, damit halt selbst wenn die Gummidichtung offen ist, dann halt nicht irgendwie Wasser verschüttet wird. Außer eine ganz kleine Menge. Also das ist auch ziemlich klug gemacht. Dann haben wir unten auf der Rückseite auch noch unsere Wischplatte. Und die ist ganz besonders. Wir haben natürlich darunter ein Wischtuch. Also ganz normal wie bei jedem. Kann man einfach wechseln, kann man sich auch easy nachbestellen. Und dieses Wischtuch, das kann man auch in eine Waschmaschine werfen oder ich mache es immer per Handwäsche. Da kriegt man das Gröbste damit raus. Aber ich glaube, so nach ein paar Monaten sollte man dieses Wischtuch schon mal auswechseln auf jeden Fall. Und naja, was das Besondere an diesem Wischtuch ist, ist zum einen, dass sich in dem Wischtuch so eine kleine Sektion bewegen kann. Das ist halt in der Wischplatte. Es gibt so einen kleinen Bereich, der dann über den Staubsaugroboter mit so einer Nadel bewegt werden kann. Dadurch wird dann halt das Wischen verbessert. Also wir haben eine wirkliche Bewegung in dem Wischen. Und das funktioniert auch wirklich ganz gut. Also ich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass er irgendwas nicht weggewischt hatte. Ich hatte schon mal einen Ketchupfleck in der Küche auf dem Boden. Der war noch nicht irgendwie eingetrocknet oder so, aber den hat er easy weggewischt. Also gar kein Problem. Und auch irgendwelche, keine Ahnung, Klebereste auf dem Boden oder so, hat er immer sehr zuverlässig weggewischt. Des Weiteren kann sich diese gesamte Wischplatte nach oben und unten bewegen. Und das ist ein Feature, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Besonders für mich. Denn bei anderen Staubsaugrobotern, wenn euch das noch nicht klar ist, ist es immer so ein optionales Ding. Du kannst wischen, musst aber nicht. Also ist natürlich hier auch ein optionales Ding. Doch bei anderen Robotern muss man sich dafür wirklich entscheiden, bevor man das Saugen startet. Denn wenn man jetzt zum Beispiel Teppiche rumliegen hat, kann man mit anderen Robotern diese dann nicht saugen. Außer man möchte über den Teppich wischen. Und das ist halt wirklich ein cooles Feature, was Roborock sich hier ausgedacht hat, dass man bei Teppichen einfach die Wischplatte anheben kann. Und so dann während er wischt und saugt, dann an gewissen Stellen einfach auch nicht wischen muss. Bei anderen Robotern müsste man dann sowas wie eine Zonenreinigung machen. Okay, ja zum Beispiel saugt das Wohnzimmer und wischt es auch. Und dann, wenn es zum Schlafzimmer geht zum Beispiel, wo ich Teppich liegen habe, dann muss man selber persönlich diese Wischplatte abnehmen und müsste den Roboter nochmal losschicken. Hier ist das halt nicht der Fall. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Besonders weil, wie gesagt, ich habe in meinem Schlafzimmer Teppichboden und den kann er halt einfach dann mit saugen, obwohl er die anderen Räume wischt. Ziemlich cool. Generell funktioniert diese Teppicherkennung sehr, sehr gut. Also wir haben zum einen unten so ein Ultraschallsensor, der erkennt, wenn halt ein Teppich unter ihm ist. Der ist vorne bei dieser kleinen Rolle. Und das funktioniert auch wirklich sehr präzise. Wenn er einen neuen Teppich erkennt, dann umfährt er ihn einmal vorsichtig immer. Dann hat er den genauen Umriss des Teppichs und ja, merkt sich diesen auch. Und das bedeutet, er weiß genau, wo dieser Teppich ist und weiß genau, wo kann er wischen, wo kann er nur saugen. Und es gibt auch noch das Feature, dass man auf dem Teppich tolle Saugleistung von 2500 Pascal abruft, so gesehen. Und das kann man halt auf Teppichen machen. Also dann sagt man, okay, auf Teppichen bitte volle Saugleistung, damit man da wirklich alles rausbekommt. Und auf dem normalen Boden saug einfach ganz normal mit weniger Leistung, damit er nicht so laut ist. Und da reicht es dann ja auch gegebenenfalls aus. Also was das ganze Thema Wischen und Teppiche angeht, ist der Roborock wirklich sehr, sehr gut. Wo wir auch gerade schon bei dem Thema von Erkennung waren, kann ich auch mal auf die App eingehen und generell auf die Raumerkennung. Wie die ganze Logik hinter dem Roborock ist, die überhaupt funktioniert. Denn generell macht er, hat er eigentlich immer dasselbe Prinzip. Er umfährt immer den Raum einmal komplett, scannt ihn so gesehen auch einmal ab mit dem LiDAR-Sensor und merkt sich diesen Raum. Und dann überlegt er sich, okay, welche Patterns kann ich in diesem Raum möglichst effizient abfahren. Und genau, diese fährt er dann ab. Er macht sich dann so gesehen selber, die sieht man nicht, aber er macht sich so gesehen Zonen. Wo ist Teppich? Wo ist kein Teppich? Wo kann ich jetzt möglichst schnell hin und her fahren? Und diese Zonen arbeitet er dann sehr, sehr präzise und wirklich sehr gut ab. Außerdem ist der Roborock eher eingestellt, dass er an einer Stelle doppelt saugt oder wischt, als dass er einmal zu wenig saugt oder wischt. Also ich hatte nie irgendwie den Fall, dass er auf der Karte mal einen Bereich ausgelassen hat oder so. Das ist eigentlich nie passiert, sondern wenn überhaupt, ist er zweimal über irgendwelche Stellen gefahren. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, die Raumerkennung, die funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Er erkennt leider jetzt nicht so wie der Nachfolger, der ja noch eine extra Kamera dafür hat und AI gedöhnt, erkennt er leider keine Gegenstände, sondern er erkennt es immer nur einfach als Wand, was für mich persönlich eigentlich kein Problem ist. Was ab und zu ein Problem sein kann, ist, dass wenn man Gegenstände hat, die relativ flach sind, dass er dann einfach auf diese Gegenstände drauf fährt, weil er es halt nicht wirklich bemerkt. Und das ist mir zum Beispiel passiert in meinem Wohnzimmer, wo ich Teppich und dieses Kalax-IKEA-Regal habe. Da wollte er immer reinfahren, weil der Teppich halt ein bisschen höher war und er deswegen in das Kalax-Regal reinkam. Da kann man aber ganz einfach Abhilfe schaffen, indem man in der App selber einfach eine Wand zieht, so gesehen, eine digitale Wand, und dann fährt er da einfach nicht mehr rein. Und wo wir gerade schon beim Punkto-App sind, dann können wir darüber jetzt auch mal sprechen. Also generell Raumerkennung, er erkennt das gesamte Haus, er erkennt auch automatisch, wenn er jetzt das erste Mal die Wohnung oder das Haus abfährt, er kennt auch automatisch die Räume. Das hat bei mir nicht so wirklich gut funktioniert. Das verzeihe ich ihm aber, weil meine Wohnung ist relativ offen und da erkennt man nicht unbedingt, wo eine Tür jetzt wirklich ist und wo eine Raumabgrenzung ist. Die Räume kann man aber selber in den Einstellungen dann einfach nochmal einstellen und ja, so dann das Schlafzimmer, das Wohnzimmer und so weiter selber deklarieren. Und mit diesen Räumen kann man dann auch sagen, okay, Roborock, fahr bitte nur ins Schlafzimmer oder fahr bitte nur im Wohnzimmer einmal rum. Und das ist ganz cool, besonders zum Beispiel in der Küche, da fällt ja häufig mal etwas mehr Dreck an, kann man einfach sagen, okay, fahr bitte in die Küche und saug. Genau, das ist ziemlich easy und wenn man halt die Karte so eingestellt hat, dann funktioniert das auch sehr solide. Des Weiteren hat man noch sowas wie die Zonenreinigung, also man kann auf dieser Karte dann noch eine Zone malen. Bedeutet er, ja, fährt dann einfach nur zu dieser Zone, saugt da und wischt da einmal durch und ja, dann hat man zum Beispiel, keine Ahnung, ist da irgendwie Kaffee verschüttet worden oder wenn man Kinder hat oder kein Ahnung, Keks ist runtergefallen, dann kann man da einfach mal diese Zone kurz reinigen. Des Weiteren kann man auch noch einstellen, wie stark der Roborock saugen soll und ob er wischen soll oder nicht und auch wie stark erwischen soll. Also da hat man mehrere Einstellmöglichkeiten, also vier Modis fürs Saugen, drei Modis fürs Wischen und man kann dann halt sagen, okay, bitte nur wischen, bitte nur saugen. Also das ist alles möglich. Das Ganze wird dann auch noch über eine LED gekennzeichnet, also er hat einmal dieses LED-Band auf der Oberseite, das sieht so ein bisschen aus wie Knight Rider, finde ich eigentlich ganz cool, die Anlehnung. Da wird einmal einfach angezeigt, okay, wie stark saugt er, dann ja, ich sag mal, geht dieser LED-Punkt von links nach rechts immer schneller, desto stärker er saugt, finde ich ganz cool und wenn er dann auch noch wischt, dann wird dieses LED-Band blau und man sieht halt, okay, an dieser Stelle wischt er jetzt und an der nicht. Sieht man zum Beispiel, wenn er jetzt auf einen Teppich fährt, dass dann diese LED von blau auf weiß wechselt und dass die LED schneller nach links und rechts wandert, weil ich habe so eingestellt, dass er auf Teppichen die volle Saugleistung abrufen soll und dann, ja, bewegt sich der Punkt auch schneller von links nach rechts. In der App kann man natürlich auch noch viele weitere Einstellungen machen, wie Updates für den Staubsaugroboter oder man bekommt Push-Benachrichtigungen, wenn der Roboter irgendwelche Probleme hat oder wenn zum Beispiel, ja, die Reinigung abgeschlossen ist, dann bekommt man auch eine Push-Benachrichtigung. Das Ganze funktioniert auch, wenn man nicht im WLAN ist, also wenn man irgendwo anders ist. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die App immer eine Internetverbindung hat bzw. der Staubsaugroboter, was für den einen oder anderen natürlich nicht so positiv sein kann und, naja, man kann halt die App oder den Roboter generell nur nutzen, wenn man eine Internetverbindung hat. Ich persönlich habe es jetzt noch nicht ausprobiert tatsächlich, einfach mal ihn vom WLAN zu trennen, was dann passiert. Das müsste ich mal ausprobieren tatsächlich noch. Das schreibe ich mal unten in die Kommentare und Pins an. Und ich muss sagen, ich bin einfach sehr begeistert von dem Roboter. Er hat halt einfach keinerlei Probleme und man muss sich kaum Gedanken um ihn machen. Ich kenne ein paar andere Staubsaugroboter aus dem günstigen und auch aus dem teureren Bereich, die einfach nicht so gut sind. Das sind auch alles etwas ältere Modelle und ich muss sagen, man merkt einfach, dass Roborock hier richtig, richtig gut ist. Nicht nur, was die Saugleistung angeht, was diese ganzen neuen Wischfunktionen angeht, sondern halt auch einfach, was die Logik angeht. Er erkennt den Raum super zuverlässig, fährt keine Sachen irgendwie aggressiv um oder so, sondern umfährt sie sachte und, naja, er kennt den Raum ohne Probleme, erkennt Gegenstände ohne Probleme und umfährt sie und macht trotzdem alles sauber. Also richtig, richtig gut. Und das, ja, ich sag mal, die Karte, die funktioniert auch richtig gut. Also er merkt sich die Karte und weiß genau, an welchen Stellen er sich gerade befindet. Und all das Ganze hatte bei mir einfach noch nie irgendwelche Probleme. Und genau das möchte man halt haben mit einem Staubsaugroboter. Man möchte eine gute Saugleistung, man möchte eine gute Wischleistung und man möchte einfach nicht drüber nachdenken. Und das muss man bei dem Ding einfach nicht. Also man muss natürlich dran denken, immer mal wieder das Tuch zu reinigen oder den Waschtank aufzufüllen oder den Staubtank zu entleeren. Aber das sind halt relativ kleine Probleme oder Aufgaben im Gegensatz zu selber zu saugen und zu wischen. Und selbst jetzt mal verglichen mit dem Nachfolger oder den Vorgängern. Also der Roborock S7 kostet halt 500 Euro, was für den einen vielleicht viel ist, für den anderen vielleicht eher wenig. Für mich persönlich ist es halt preis-leistungsmäßig einfach so das Beste. Denn die früheren Modelle oder auch Konkurrenzprodukte, die ein bisschen günstiger sind, 400, 350 Euro kosten, die sind halt vielleicht von der Saugleistung her annähernd so gut, aber sie sind halt nicht unbedingt immer so präzise und sie können halt lange nicht so gut wischen. Wenn man sich den Nachfolger anguckt, hat der schon einiges verbessert. Um genauer zu sein, ich spreche hier von dem Roborock S7 Max V. Das Max V, das war schon mal bei dem S6 ein Begriff, bei dem S7 ist es jetzt wiedergekommen, also S7 Max V. Diese Max V, das steht einfach für eine Kamera und die haben da jetzt noch AI hintergepackt und so weiter. Also man kann zum einen mit diesem Roboter dann halt zum Beispiel beobachten, was machen die Tiere zu Hause oder sonstigem. Man kann aber halt auch diese Funktionalität nutzen, um Objekte zu erkennen. Und das ist wirklich einen, ja, einen Zusatz, den ich wirklich sehr, sehr cool finde, der mir halt bei dem S7 so ein bisschen fehlt. Also ist kein tragischer Punkt, dass er jetzt nicht erkennt, dass da ein Stuhl steht oder dass da Pushen rumstehen oder so. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr cool, dass man dann auch auf der Karte sehen kann. Okay, das ist ein Sofa, das ist ein Stuhl und er ist dann halt einfach noch zuverlässiger. Ob einem das 230 oder vielleicht sogar 250 Euro Aufpreis wert sind, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber er ist halt schon nochmal in vieler Hinsicht besser. Auch die Saugleistung und das Wischen ist nochmal verbessert worden. Also ja, es gibt viele Punkte bei dem S7 Max V, die dazugekommen sind. Aber ich sag mal, der normale S7 war schon so eine Bereicherung für, ich sag mal, das gesamte Staubsaugroboter-Geschäft, dass der S7 Max V da komplett übertrieben hat. Für die beiden gibt es dann jeweils auch noch eine Absaugstation. Für den S7 finde ich, ist die nicht so praktisch. Also sie saugt halt einfach nur ab. Und das war's. Bei dem S7 Max V gibt es eine Absaugstation, die kann alles. Also die kann Wasser nachfüllen, die kann absaugen und naja, die putzt auch nochmal so richtig alles durch irgendwie. Da macht es dann wirklich Sinn. Die beiden sind aber auch wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Also zum Beispiel bei dem S7 jetzt für 250 Euro so eine Absaugstation dazu zu holen, ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Kommen wir zu dem ein einzigen Problem, was ich bisher hatte. Und das habe ich sogar erst richtig bemerkt, als ich es hier auf Kamera aufgenommen habe. Nämlich mein billiger Langfloorteppich da hinten. Der ist nämlich ein Problem für den Roborock S7. Durch diese kleine Spindel, die er vorne rechts hat, um Dreck weiter an sich ranzuholen, sag ich mal, aus Ecken und so weiter, entsteht das Problem, dass er auf dem Teppich diese Spindel in den Langfloorteppich, sag ich mal, mit einflechten, flechtet. Und das ist echt nicht cool. Also ich sag mal, dieser Teppich war halt wirklich sehr, sehr billig. Der hat irgendwie 20 Euro auf Amazon gekostet und war halt nichts Besonderes. Und ich würde die Schuld eher auf den Teppich schieben, als auf den Roboter. Was ich aber tatsächlich ein bisschen schlecht fand, ist, dass er nicht bemerkt hat, dass diese Spindel sich irgendwo drinne verfangen hat. Denn er konnte sie halt nicht drehen. Und ich finde, das sollte er auf jeden Fall bemerken können, dass er gerade irgendwo sich mit dieser Spindel verfangen hat. Denn, naja, er hat mir keine Fehlermeldung oder so gegeben, sondern er hat einfach nur weitergemacht. Er hat natürlich sein Standardprogramm durchgeführt, was er tut, wenn er halt irgendwo festhängt oder so. Aber er hat es halt trotzdem lange nicht bemerkt. Und das ist irgendwie nicht so cool. Außerdem hat er tatsächlich einmal von mir ein Kabel zerstört, würde ich jetzt nicht sagen. Es funktioniert immer noch. Aber er hat auf jeden Fall das Silikon von dem Kabel abschleifen können. Das lag daran, dass ich es aber auch viel zu spät bemerkt habe. Er ist, glaube ich, mit dem Kabel ungefähr eine halbe Stunde lang rumgefahren in der Saugtrommel, sag ich mal. Und, naja, dadurch ist das Kabel halt ein bisschen beschädigt worden. Leider hat er das auch nicht bemerkt, dass er da gerade ein Kabel mit sich mitzieht. Auch ein bisschen schade. Aber ich sag mal, er war ja jetzt auch nicht irgendwie blockiert durch das Kabel oder so. Auf jeden Fall ist hier typischerweise, wie bei jedem Staubsaugroboter, passt auf eure Kabel auf. Die werden schnell mal mit eingesaugt. Und, naja, das wird auch nicht unbedingt immer bemerkt. Da ist der S7 Max-V auf jeden Fall nochmal ein cooles Upgrade. Mit, denn dieser kann dann einfach Kabel und andere kleine Dinge erkennen und saugt diese dann wahrscheinlicher nicht ein. Ja, und das war es eigentlich von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss sagen, der S7 ist einfach einer der besten Staubsaugroboter, die ich jetzt so kennengelernt habe. Und ich muss einfach sagen, ich habe kein Problem mit dem Ding. Eigentlich hatte ich nie irgendwelche Probleme und das ist schon ziemlich, ziemlich stark für so ein Ding. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, um nichts weiter zu verpassen. Ich denke, da kommt das eine oder andere interessante Video auf jeden Fall noch. Und ja, könnt natürlich auch gerne einen Daumen oder einen Kommi da lassen, falls ihr das Video gut fandet. Aber natürlich auch, falls ihr das Video nicht gut fandet. Ich lerne immer gerne. Und natürlich, wie am Anfang schon erwähnt, könnt ihr auf Instagram vorbeigucken. Falls es irgendwelche Updates zu meinen Videos gibt, dann erfahrt ihr da auf jeden Fall am schnellsten was davon. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis denn und ciao.